es hat die lösung und herzlichen willkommen zurück zum let's play five kreis ja wir sind wieder mein kürat und wir wollen einen Glockenturm will freien. Jawohl. Aber vorher will ich diese Drohie hier mitnehmen. Wo ein Reißsack und Geld drin ist. Money, money. Ja. Was ist eigentlich? Wie macht das die Probleme? Offensichtlich, das hört sich an wie so Hunde. Brauche ich aber nicht die Hunde. Die brauche ich nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da keine Gottverdammt Gegner da sind. Wenn, wenn doch laufe ich genau in deren Arme. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Heimatschutze. Diese Botschaft geht an alle Mitglieder des Goldenen Gefahrtates. Warum setzt ihr euren aufregelosen Kampf auf? Merkt ihr nicht, dass eure Verblindung Leben kostet? Das Töten kann aufhören. Ihr müsst euch nur ergeben. Stellt eure Antriffe ein und Parallel wird uns in eine neue Ära des Friedens führen. Möge sei wichtig uns alle erneut. Bam. Ja, ähm, noch irgendjemand? Was zum Maulen hier? Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Kommunikation. Die Punkttürme in Kürat sind allein in der Besitz von Parganzien. Diese Türme zu manipulieren ist ein schweres Verbrechen. Ja, ja. Wenn jemand beim Besteigen eines Punkttürms beobachten, sollten diese Form demnächst die Repräsentanten der Royal Army informieren. Möge Parganz Ich würde ehrlich gesagt sagen, wer wer den Scheiß da sich anhört und noch nur glaubt, das ist ein Verbrechen. Würde ich mal sagen, oder? Ja. Oh, Alter. Ich will viel. Wow. Ich habe jetzt denkt, dass wir das Gescheites drinne da haben. Nein. Da habe ich mich ruhig getäuscht. Egal. Gehen wir doch mal hoch. Okay, da draußen ist auch nichts. Sie will die Truhe Weichung mitnehmen. Noch. Ähm. 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 Ich glaube. Wir müssen da hin. Glaube ich. Es träumt eine Anfindung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Ja, ja. Ich muss auch so haben. Ah, da ist sie. Entschuldig. Er wird ihm für die folgenden Generationen einen Platz an der Sonne sich herfern. Der goldene Vater gibt ihn. Der goldene Vater Er ist nicht. 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 Er ist ein Arschloch, wo zehn ist. Er ist aber ein lustiges Arschloch. Haha. Ja. 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 Hier war es. Ja, vor allem die Richtung schwebt. Ah, das war gut. Ja, ja. Geld. So, dann schauen wir mal, was das Signal hier für nichts ist. Küratz-Wahlfahrt. Bei Naboo, bauen wir's Lebens. Okay. Ja, du, verstand. Okay. Moment, weiß. Hm, was ist das hier? Gehen wir mal kurz da hin. Neue Aktivität. Oh. Verdammt. Das wollte ich nicht. Na, das wollte ich schon dreimal nicht. Oh, Mann. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Wir trinken jetzt mal was. Ich habe jetzt gerade denkt, wieso zum Teufel sind da schon wieder Soldaten? Aber das sind ja unsere. Glück gehabt. Glück gehabt. So, wo soll jetzt das Fragezeichen sein? Unten. Unten. Aha. Na, komm, da laufen kurz hin. So weit ist er als auch nochmal. Und. C-Fase. Hä? Warte. 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 Was war das gerade? Wieso leckt das hier? So weit ist er auf den Ladebildschirm. Geht's jetzt mal wieder? Hallo? Ich möchte aufhören zum Lenken. Hm. Ja, ja. Tut mich auch schwer. Schauen wir erst mal, was sie für Fragezeichen auf sich hat. Aha. Das Ding. Bei einer Spurbaum des Lebens. Aha. E-Halten zum Einsammeln. Tagebuch. Ein Tagebuch. So. Hm. Jetzt auch noch Ruhe. Geht's. 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 So, dann looten wir mal. So, schauen wir mal, was der zu bieten hat. So ein kleines Wolfkind. Ah, den Ding haben wir nur voll, ja. Obwohl, können wir mitnehmen. So, jetzt halt, was braucht man für eine Spritzentasche, die weitere Spritzentasche. So, das komische Viech da, ich habe keine Ahnung wie das. Hm. Gut. Hm, 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 hm. Hm, da ist genau gar nichts. So scheiße ist das. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Eigentlich können wir doch jetzt da zu Jogi und Reggie gehen, oder? Eigentlich, ja. Eigentlich spricht ja nichts dagegen. Ich bin so einsam. Die Eins, fast die einsamste Zeit. So scheiße ist das. Ja, 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 ja. Egal, wir fahren einfach mal, Leute. Ach so. Oh, die Richtung konnten wir nämlich auch fahren. Hm. Jo. Dann diesmal hier eine Runde zu der nächsten coolen Story-Mission, hoffentlich. Hey, ich würde das ja weiterlaufen lassen, aber Freis-Kürat ist die beste Radio-Show aller Zeiten. Aller Zeiten, ha, 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 ha. Ihr hört Freis-Kürat, und zwar dank meines guten Freundes, der es gesagt hat, einer als die Hälfte aller Glotten-Türme zu befreien. Möge Paragansicht euch allen aus dem Arsch scheinen. Hey! Weil ich dir echt mal gern wissen würde, wie soll ich zum Teufel solche Mann halten. Wir müssen definitiv der Fahrer irgendwie ausschalten. Ja und wo ist das Ding mit Markierung da? Ja, hallo? Ja, wo, hä? Soll der Übergabepunkt sein? Hä? Egal, schauen wir jetzt mal nach Fähigkeiten. So, dann kommen wir, ähm, Tod von unten können wir jetzt mal machen. Egal, fahren wir einfach mal. Die Richtung ist mal anzeige. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie man die Lieferungen, die Eskorten oder wie auch immer, wie die heißt, hier in Far Cry, wie man die stoppen können. Wie man einfach auf die Fahrer schießt. Wie viel Glück? Hm. Äh, ein Stoch, was ist da? Ich will jetzt mal kurz hochgehen. Okay, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Okay. Nein! Wie? Wie löse ich die mit Segel? Wow! Soll ich vielleicht mal dringendst die Waffe wegsetzen. Dringendst die mit meinem Truck wegfahren. Gut. Soll ich dich schon abgeschütteln, nämlich? BAM BAM! So, wie ihr alle wisst, benutzt Parker an den Führer. Das sind jetzt aber Plattduch-Gerähe oder was das war. Achso, immer zum nächsten Außenposten, oder was? Ah, ich bin da. Cool. Keine DEA wie in den Staaten, keine NMCC wie in China. Und denen ist auch egal, ob wir wissen, dass sie mit Drogen handeln. Halt ab. Cool. Cool, 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 cool. Ja, jetzt hat es gleich hergestellt, weil wir haben hier noch Munition für verspritzen. Du hast uns einen Truck mit hilfreicher Fracht gebracht. Gut gemacht, AJ. Wir verteilen die Vorräte an die Bedürftigen. Gut gemacht. Jetzt kann ich da nicht mehr einsteigen, oder was? Soll das ein Witz sein. Toll, da ist ja etwa ein Witz sein. Und der hat keine Reifen mehr. Gut. Gut. Ja, jetzt will ich trotzdem weiter zu dem Ding. Und ich brauche jetzt unbedingt ein Fahrzeug. Und ich brauche jetzt unbedingt ein Fahrzeug. Und ich brauche jetzt unbedingt ein Fahrzeug. Wieso denn? Und der andere Seite. So schwachsinnig. Schwachsinnig hochziehen. Aber mein. Muss jeder dasselbe wissen, gell? Und ich brauche jetzt auch noch mal los. Ich brauche es nicht. Und ich brauche das zu erklären. Ich brauche das zu erklären. Hallo Wow Aua, 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 Aua Glück habe ich nur eine Spritze dabei Hm Den auch noch halten Hier nochmal durchsuchen Genau durchsuchen nochmal Hallo Was heute da ist, kann morgen schon ausverkauft sein Meinsch Glaub ich ehrlich gesagt nicht Ah, da ist ein Waage, das ist doch schon schön Hehehe Aber wir sind schon wieder durch mit dieser Aufnahme Wir sehen uns morgen um 20 Uhr Bis dann, euer Schott hier am Start Macht's gut, haut rein Tschüss, ciao Ciao